Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Und wenn ihr denkt, ich bin wütend oder angepisst. Nein, nicht mehr. Ich habe neue Motivation. Ich habe Bock und wir machen das jetzt. Okay? Heute geht's los. Die Frage ist nur, wie lange wird meine Motivation halten? Das ist die Frage. Ich hoffe einfach mal, dass die Motivation bleibt. Und das hängt aber vom Spiel ab. Und natürlich auch davon ab, wie ich spiele. Weil ich war ja bestimmt auch an manchen Tonen mitverantwortlich. So ist das ja nicht. Ich stempel das ja auch nicht so ab. Aber das Spiel hat mich schon so ein bisschen geprankt mit den ganzen... Ja gut, dass das Spiel jetzt schon nach einer Minute abstürzt, hilft meiner Motivation nicht gerade wirklich. Okay? Also, tut mir jetzt leid. Keine Sorge, ich bin nicht weit gekommen. Ist auch gut so. Ja, hier wollte ich doch hin. Lauf, 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 lauf. Gut, gut, alles gut. So. Wer hätte damit gerechnet, dass du das Spiel schon nach einer Minute abstürzt? Das heißt, das Spiel, meine Aufnahme. Aber gut, passiert. Ist nichts Schlimmes. Vor allem nicht bei einem Spiel wie Yoshi oder sowas, weil da kann ich die Level immer wieder machen. Das sieht dann bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Fallout oder so, ist das halt was ganz anderes. Weil Fallout kannst du nicht neu spielen, sag ich mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier. So, ich glaube, jetzt kommt ja genau der Wandschuss-Skill, den wir einfach nicht haben, weil wir einfach alles hochholen. Kommst du da hoch? Ich will da aber hin, ich brauche Eier. Dankeschön. Gut, da scheiß man auch mal drauf, ne? Kennt man ja. Ich nehme jetzt einfach jedenfalls mit. Aber hier nachkommt halt die Stelle, wo ich halt immer verkacke. Und das ist halt blöd. Sehr nice. Ich hoffe, das Aufnahmeprogramm schützt jetzt nicht nochmal ab, aber sollte eigentlich nicht passieren. Dann einmal den normal abschießen. Ja, ein bisschen weiter unten treffen. Genau. Perfekt. Sehr gut. Okay, es geht weiter. Jetzt kommt's, Yoshi. Yoshi, wir haben heute Bock, okay? Heute gibt's keine Ausreden. Hallo, Yoshi, bitte. Bitte halt dich da oben. Danke. Oh, thanks God, ey. Jetzt hab ich nur noch ein bisschen Angst vor der. Vor der hab ich sogar sehr viel Angst. Bitte komm mal, bitte komm. Ich hab aber auch ein bisschen Angst, dass wenn die jetzt vorbei ist, dass da eine neue spawnt. Nein! Oh, Leute, wir haben's geschafft. Du, Dreckiger. Oh, Checkpoint. Nein! Boah! Boah! Ich... Ich will doch nur den Checkpoint haben. Ich will nur den... Alter! Wenn ich jetzt gerade gestorben wäre, ich wäre so ausgerastet. So, direkt vorm Checkpoint. Wobei ich sagen muss... Dass ich den nicht getroffen hab. Ja, die Frage ist jetzt, kann ich sein Geschuss da essen? Ja, kann ich. Oh, cool. Aber dann ist ja easy. Gut, dann nehmen wir noch die Blume mit, bevor wir mal den Checkpoint einnehmen. So, vor denen hab ich natürlich jetzt ein bisschen Schiff. Ach gut, die sind einfach weg. Komm, ich will sein... Ich will jetzt einfach sein Geschütz... Äh, Geschüss essen. Gesch... Geschüss! So, eins. Zwei. Guck mal, den schon mal töten. Ja, gib mir den Sterni. Nein! Oh, oh, Yoshi. Ja, komm, nimm mal, nimm mal, nimm mal. Ja gut, dann gab's... Ja genau, hier ging's einmal lang. Oh, Gott. Ich wollte ja eigentlich warten. Ne? Komm, komm, komm hoch. Komm hoch jetzt. Jung! Dankeschön. Gut. Äh. Ah, je, je, je. Au, ho. Halt. Holla, die... Holla, die Waldfee, Jung. Alter. Den hab ich nicht kommen sehen. Alter. Okay. Gut. Oh, oh, oh. Ah! Ja, ha, ha! Okay, ist, ist egal, wir haben den Checkpoint. Ist, ist mir alles egal. Oh, wir kriegen den sogar wieder. Cool. Oh, jetzt hab ich aber gar kein Ei. Ähm. Jetzt, dann ist blöd. Ich brauch ein Ei. Ich hab vergessen, dass der Typ da steht. Ich hab vergessen, dass der Typ da steht. Aber egal, der gibt mir Eier. Gib, 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 komm, komm, hau mir raus. Jawohl, ist dauer. Komm, komm, einer geht auch. Ja, da kommt da und einer, ja, da. Was? Kein mehr? Oh, Mann. Schade. Hätte, hätte ja funktionieren können, ne? Man musste den ja auch mal ein bisschen motivieren. Ohne Motivation geht nochmal nix. Ich muss aufpassen. Oh, genau getroffen! So, warte mal hier oben. Sternis! Kann ich sehr gut gebrauchen, auf jeden Fall. Oh, ja, 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 aufpassen. So, Kollege, gib mir ein, ich hab' einen verballert. Jetzt gib mir ein wieder. Sauber. Oh, no. Oh, ja! Und jetzt auf einmal gibt's mir noch ein. Was? Scheiße. Er hat mich so erschrocken, er tut mir leid. Oh, Mann. Ah, noch ein? Okay. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Okay Alles, alles gut Alles, alles im coolen Bereich So, wir waren jetzt Wir waren jetzt eigentlich überall Ach, guck mal, noch ein Kollege Komm, gib mir Jawohl, noch einen Ja, jetzt haben wir drei, vier, komm Fünfer Jawohl, unten Sechser noch Komm, jawohl So sieht's gut aus Dann mach mal eins, zwei, drei Drei, vier Fünf und sechs Und springen drüber, schnell, bevor der Fisch kommt Jetzt hab ich aber keine mehr Einer Zwei, nein Warum hast du denn nicht runtergeschluckt, Georgi Mensch Bitte, danke Drei noch Noch ein, jawohl Noch ein Sauber Oh, zwei Sternis Ach, jetzt kam Das hier Ja, ich erinnere mich Da muss man wieder mit dem Wandschuss arbeiten Ja, sauber Da muss man gar nicht dem Wandschuss arbeiten Dann kannst du auch Kann man auch, glaube ich, so treffen Ja, kann man aber Ups So Äh, ist jetzt blöd Ich hab jetzt natürlich nichts mehr Egal Äh, wir haben alles Cool Oh, da kann man aber Sternis rausholen Nice Komm, Schluck Eigentlich hat er mich getroffen Eigentlich nochmal Nein Nein Nein, hier ist die Posttür Nein Kriege ich das hin So nicht Jawohl Ja, nice Ja gut Da wird mir jetzt nicht alle geben Ne, schade Aber egal Da muss ich nur ein Zehner einsetzen Habe ich denn noch Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ah, ist hier alles super aus Ja So, jetzt hab ich mich nur beim Boss nicht treffen lassen Ne Und hier gab es gar keinen Checkpoint vom Boss Oh Ich kann natürlich auch mal den Skillshot probieren Und versuchen den Boss zu treffen Ohne, dass wir im Raum sind Okay Ne Ne, ne, ne Ach, schade Nicht getroffen Egal Alles gut Was ist los, du hässlicher Wichtigtuer Hast du noch immer noch Hast du immer noch nicht genug Hat Oddway nicht einen süßen Bauchnabel Ups Da ist mir wohl was rausgerutscht Was redet er davon Irgendwelchen Bauchnebeln Was ist denn falsch mit dem, Alter Ich hab den Boss geliebt, ne Ja, und das soll ein Bauchnabel darstellen Ist okay Spiel Ich weiß zwar nicht, was das Spiel für Bauchnebel kennt, aber Miau Ja, wie gesagt Ja, wie gesagt, man muss den Boss Also du musst den Bauchnabel da unten treffen Ja, wie Wie Ganz einfach Äh, mit nem Ja, mit nem Binks Schuss Den esse ich jetzt lieber mal Boah, hier Und wie Okay, den esse ich auch Und zwar ganz einfach So Bams Ins Gesicht So sieht's aus Ich glaub manchmal verarscht der dich auch Dann Dann täuscht der so an Geht aber wieder zurück Oh, oh Aufpassen Okay Jetzt macht er das noch nicht Also Bam Und wieder getroffen Jetzt hab ich aber kein Ei mehr Ist halt blöd Auch da hat er nicht angetäuscht Wie wär's, wenn du mir nochmal ein paar Gegner gibst Och man, jetzt hör doch mal auf damit Oder hat der doch nicht angetäuscht Ich mein, der da angetäuscht Alter Junge Gib mir immer Gegner Ich hab kein Ei mehr Ja, dankeschön Den esse ich Weil Da hab ich ein bisschen Angst Dass der mich trifft Jetzt nicht ausholen Jawohl Und da ist er tot So sieht's nämlich eigentlich Bei mir im Business aus Und nicht anders 100% Auch im Endlich Endlich Im letzten Burglevel Schlosslevel Wie auch immer Ja Und ich freu mich absolut nicht Auf den nächsten Partner Könnt ihr mir glauben Dankeschön Denn wir haben Überall 100% Haben Perfect Und das heißt Es kommt ein Bonuslevel Und wie schon tausendmal erwähnt Es ist das Schwerste Bonuslevel Im gesamten Verkackten Spiel Und wieder eine Sekunde Im Schloss gewesen Und bumm Es ist immer so super Vierte Welt Was war denn nochmal Die vierte Welt Kann ich jetzt nicht genau Erkennen Gut Die dritte Welt War ja auf jeden Fall Diese Dschungelwelt Wir gucken uns aber noch Das Bonuslevel an Weil da will ich nämlich Jetzt gerne mal wissen Was das ist Ich hoffe es ist Memory Glückskarte Ja Glückskarte Ist auch okay Da muss man aber halt Glück haben Und ich hab kein Glück Pass auf Okay Ich hab kein Glück Oh ja gut Das war auch easy Da gab es nur einen Es gibt auch manchmal drei Also Da hatte ich Glück Meine lieben Freunde Ich hoffe es hat euch gefallen Mir auf jeden Fall Endlich das Schlosslevel geschafft Nachdem wir im letzten Fall So verkackt haben Oder besser gesagt ich Aber auf jeden Fall Nächster Part Guckt euch den unbedingt an Er wird erstens lang gehen Und zweitens Werde ich Ragen Wie ich wahrscheinlich Noch nie In meinem Leben Geragt habe Weil Wie gesagt Es wird Horror 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 Seid gespannt Ich hoffe es hat euch Trotzdem gefallen Äh Ne Das wollte ich gar nicht sagen Ich hoffe ihr freut euch Trotzdem drauf So wollte ich das sagen Und äh Ja Wir sehen uns dann hoffentlich Im nächsten Mal wieder Und ich sage bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss